Als nächstes kommen wir zu den Bildeffekten. Bei einer Präsentation einer Reise oder eines Klassenlagers darf es da durchaus ein bisschen effektvoll zu und her gehen. Mit einem Doppelklick auf das Bild bist du im Bereich Bildformat. Du hast hier auch eine spezielle Palette, in der du manuell dann die einzelnen Einstellungen noch anpassen kannst. Da gehe ich gar nicht groß darauf ein. Da kannst du selber ein bisschen ausprobieren. Man sieht ja sofort, wie sich die Einstellung jeweils auswirkt. Dieses Foto auf der Titelfolie soll jetzt ein bisschen ausschauen wie ein Fährenbild, das da hingeworfen ist. Es geht aber ein bisschen unter auf diesem Design. Deshalb wähle ich hier aus diesen Schnellvorlagen mal das erste obere, ein einfacher Rahmen, Weiß. Jetzt kommt es schon viel besser zur Geltung. Es wird so eine Verbindung zu diesem Titel, der ebenfalls Weiß ist, aufgebaut. Der Schatten bewirkt, dass sich das Bild ein bisschen abhebt vom Hintergrund. Und den könntest du jetzt, wie erwähnt, auch noch anpassen, indem du ihn zum Beispiel etwas dunkler machst oder vergrösserst. Ich mache das wieder rückgängig. Mir gefällt es eigentlich so diskret recht gut. Ja, du siehst, hier oben hast du ganz viele weitere Effekte. Du könntest auf das Bild selber einwirken, dass so grafische oder Filtereffekte noch zum Wirken kommen. Du könntest es nachträglich zuschneiden. Das kennen wir vom Einstiegs-Workshop bereits. Ich gehe jetzt da nicht mehr weiter darauf ein. Da empfehle ich dir, einfach auszuprobieren. Etwas weiteres, was ich dir noch zeigen möchte. Auf dieser zweiten Folie wirkt diese Europa-Karte doch etwas gar plumm mit diesem Rahmen. Schöner wäre sie, wenn sie wie hier in den Hintergrund hinein montiert wäre. Das lässt sich in diesem Fall sehr einfach locken, weil diese Hintergrundfarbe der Karte ein einheitliches Weiss ist. Ich wähle es also aus und gehe da wiederum im Bereich Bildformat auf Farbe. Und hier habe ich den Befehl Transparente Farbe bestimmen. Und jetzt kann ich da einfach in dieses Weiss hinein klicken und sofort wird die Karte so genannt freigestellt. Und das wirkt jetzt doch viel harmonischer. Das wird hier nicht so genannt. Vielen Dank.